Herzlich Willkommen zu einer neuen Runde Worms Revolution mit Malinga und Rivaldi. Hallo! Ja ohne Spaß, Kevin steht da echt voll geil da oben rechts drinnen. Hey, guck mal ein Essentrikant. Bitte lass den dran sein, ey. Mama Lada. Was habt ihr alle gegen Mama Lada? Der ist voll okay. Mama Lada. Bitte lass den dran sein. Schade. Du musst Malinga da rausschießen, sonst kann man da bis zum Runde Ende. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Frieden. Nein, Mann. Hey, bloß nicht so wie im letzten Part mit dem 5er Wurm. Ey, ne der geht jetzt wieder auf mich, weil da nichts wieder zuerst raushaben, weil es die letzte Runde nachkommt. Fickt euch doch alle. Ja du Alex, du bist besonders gemeint. Oh nein! Ja! Aua! Bisschen HP abgezogen immerhin. Was? Fast Blood! Fast Blood! Wo? Oh nein! Batman! Ja, ich weiß, oder Schweini? Batman! Du musst auf jeden Fall Alex töten. Oder du nimmst rechts den Samenspender. Ey, siehst du, dann geht die Teamverhalt schon wieder los, ey. Das ist doch kacke hier mit euch. Das war nur ein Vorschlag, ja. Ob er es macht, ist eine andere Sache. Ohne Scheiße wird doch kacke. Mal länger, was hab ich dir getan? Vielleicht bin ich ja auch noch für dich dann mal. Das war ja grad mal einfach. Ja, genau. Das ist meine Idee, du dumme Hure. Copy and Paste nennt man sowas. Ja. Und jetzt steht da oben eine und bei der steht eine. Vielleicht rechts ist das finde ich unfair. Aber warum kommt das immer zu dir? Das ist doch unglaublich. Ja, jetzt ist der auch noch dran. Probier doch nicht wegzuteleportieren, geht das nicht? Nicht schlecht. Ja schön, aber der kann alles machen. Er darf sich halt nur nicht bewegen. So komm, wer von mir ist jetzt dran? Uh. Oh nein. Der da oben. Yo. Alex, wo wird das nichts? Oh Mann. Ey. Hey. Wo wird das nicht zu schief gegen die Werder? Ja. Ich bin schon mal ein bisschen glücklicher. Nein. Ja, was machst du jetzt? Ja, da oben kann man nicht viel machen. Außer er ist feig und baut sich direkt da vorne ein Elektromagnet hin. Ja, genau. Stimmt, dann kann man die Wand nicht mehr durch. Boah, dann machen wir einfach gar nichts, das geht auch. Uh, hui, München! Ja, jetzt neckt er sich erstmal die Waffenkiste weg, ich hab's auch nicht. Noch was gibt's? Oh, shit! Was denn? Ich fasse hier jetzt an die Kacke. Ach nein, komm, Mama Lada, komm, nein! Aua. Nein! Ja. Weißt du, ich wollte vielleicht noch mit dir ein Team machen, ne, aber nein. Ja, deswegen hast du auch meine Sentry geschrottet. Ja, du hast dich da zuerst hingestellt. Das war eine präventive Vorsichtsmaßnahme. Kannst du es mir ja beweisen, indem du jetzt da oben auf Malinga ne Bazooka schießt oder in Dynamik... Weil wer ist denn das da? Schweini! Ich schieße immer schön auf Schweini. Das verdient. Das ist... Ich mein Schweini. Hehehehe. Ui! Aha! Äpiu! Anruf! Mith Melon! Der ist jetzt auch noch dran, oder was? Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöh. München! Ahihi. Ach komm, Kevin, nein. Weheh. Hm. Woa! ab der reihe ergeblich oben ab ja auch auf der Karte so du kannst jetzt zu kämpfen dazu wird die Hälfte zu Superwurm dann Weg machen weil Dreh ist als nächstes bei mir dran Nein, du sollst recht sagen, Mensch. Sorry, aber ich hatte vollen Gegenwind. Oh, das ist ja auch schön. Ich habe nichts abbekommen, aber Alex hat zwei. Alex schießt sich da jetzt auch einen Weg durch. Soll ich gerade, wie ich das am besten jetzt mache hier. Du könntest eine Granate versuchen, mit Bundle darunter zu werfen. Jawoll! Nein! Verdammt, mach das Geschiss kaputt. Komm, ich habe dich entweder ganz fast kaputt gemacht für dich, ja? Läuft. Siehst du, so nett bin ich zu dir, ja? Warninger wird mich jetzt so oder so töten. Er könnte zwar einen von deinen Würmern töten, aber er nimmt ihn doch nicht. Ohohoho! Meine Haare. Ja, echt mal. Die müsste jetzt voll abgekuckelt sein. Na, da hab ich Glatze. Meine Haare. So, jetzt schieß nochmal zu Kevin. Jetzt ist wirklich Dreh als nächstes dran. Denkt daran aus wie er voll Gegenwind, ne? Das ist aber kacke. Dann kannst du doch weiter nach vorne gehen. Egal. Verdammt. Na gut, dann muss der Kevin jetzt von mir darunter geschossen werden. Das geht ja so nicht. Hm. Oh! Mönchchen! 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 Du willst aber schon die Bazooka nehmen, oder? Ja. Bam! Oh, und noch das Leben gesnackt. Ja, sicher. Ich bin auf dem. Lied mich allein! Hahaha! Ja, Herr! Lol. Nee, komm. Nichts! Nein, jetzt bin ich wenigstens nicht mehr in der Reichweite deiner Centrieg. Mönchchen! Das ist Zeit-Samen-Spenden. Haha, wir zahlen Zeit-Samen-Spenden. Hier, kriegst du meine Samen. Verdammt? Egal. Centrie ist auch gut. D remainem. Alex. Achu. Wow! Alex. Ja, ich bin doch wieder da, alles gut. Hab ich was verpasst, ne? Nein. Alex. Och, ne, oder? Okay. Das ist gut. Mann, ne! Damit hast du den Krieg gegen mich eröffnet, oder wie? Nein, nein. Ich hab dir gar keinen Schaden zugefügt, ja? Du wolltest aber. Nein, nein. Okay. Ich wollte mir eigentlich nur ein Loch nach unten machen, das hab ich ja fast geschafft, siehst du das? Mhm. Guck, jetzt nimmt er auch immer die geilen Granaten, weil ich die immer nehme. Die sind scheiße. Ah, die hüpft, ja, die hüpft voll über mich weg. Aua. Hier, Schaden. Geh weg! I get you! Huch! 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 Du bist mal ganz leise. Ich hab dir. Huch! Versch mich doch nicht. Hm. Das ist aber ziemlich kacke. Oh, 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 Feuer! Ja! Alter, guck mal, überall Feuer. Es fällt, Hilfe! Das war ein Gedenkzettel daran, dass du mich nicht angreifen sollst, ne? So, guck mal, Alex, bei Drehter brennt irgendwas bei dir vor. Wie öffnet sich der Fallschirm? Automatisch? Ja. Oh, oh, das tut weh. Oh, zum HP. Oh, ha, ha. Ah, ha. War länger dran. Achja, ha, da unten ja schönes Wasserloch, wo du dir hier sicher bist. Hätte auch einen Weltballschläger benutzen können. Du willst jetzt nicht auf mich gehen, oder? Der arme Theo. Aua. Kam da nicht sonst immer mehr raus? Du hast dir selber Schaden gemacht. Uh, alles direkt zu mir. Hey, du snackst jetzt aber nicht die Waffenkiste weg, oder? Eigentlich hätte ich genau das vor. Aber, 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 aber Marmalade, wie gesagt. Aber, aber, aber Marmalade. Marmalade. Äh, wie frühst du mich? Lol. Ah, ja. Ich hab was sehr Interessantes aufgesammelt. Was hast du denn Schönes bekommen? Kamikaze. Und Kamikaze ist nicht da. Ich hab Kamikaze gefunden. Er ist in deiner Kiste. Oh ja. Gib ihnen richtig eine. Alter, echt. Wenn du ein Dynamit hast, pack es davor. Oder genau auf die beiden drauf. Ich glaube, ich bin nach vorne. Oh. Alter, wie werde sowas von drauf gehen? Oh ja. 2 AP. Oh Gott. 2 AP. Oh, oh. Du wirst doch selber sterben, du Dät. Lol. Gut mal, Leertaste. Gut mal, Leertaste. Dach. You traitor. Okay. Stock erlohn. Wasserball. Was? Was? Oh mein Gott, bin ich dem Lott. Ich dachte, ich hätte was. Was anderes ausgerüstet. Ey, aber eine Wasserbombe macht immerhin keinen Schaden. Oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö, oh nö. Jetzt passt er nicht. Ey, ich habe dich nur mit Wasser abgeworfen. Dann kannst du das gleiche von mir aus bei mir machen. Aber noch nicht Raketen, die tun auch weh. Au... So mal länger. Du musst den 121er eine geben. Ja genau, einfach die Spitterbombe da reinwerfen. Sehr schön. Was? Was? Du bist mean. Ta's schreitzt,enfürger. Dürfen wir einfach mal vier. Schroocht. Oh, er fliegt ins Wasser. Nein! So, jetzt geht's Marmalade. Sweet Marmalade, oh sweet Marmalade. Ah, jetzt ist da Lemonade, aber scheiß drauf. Oh, das tut auch weh. Soll. Null HP abgezogen, ist klar. Oh, jetzt kommen wir länger da nochmal so ne... Kevin, geh jetzt mal auf Marvin, er hat noch einen Wurm mehr als ich, ja? Ja, du hast da einen 112er Wurm, ja? 1-1-2, ruf die Feuerwehr. Gib ihm richtig einmal. Bidu, bidu. Hier Kevin, geh einfach eins runter und dann schieß nach links. Nein, lass dich nicht wieder bequatschen. Ja, nur weil Marvin Angst hat, dass er noch verliert. Wunderschön. Du hast mich an den meisten Tagen gemacht. Das ist okay, mit nachher holst's wieder rum, wenn Marvin auf dich geht, ne? Ey, ganz ruf, alter was hast du, du jetzt auf. Das ist schön drauf, bei der Achtung, da ist schon ein Dreckbollen. Wunderschön. Warum hab ich eigentlich keine Wasserbombe? Hast du eigentlich? Wasserbomben sind voll gemeint, um Leute ins Wasser zu schubsen und so. Wenn sie so auf ner Kante stehen. Aua! Ey, Alex, das musst du nicht tun. Er mootet es nicht, aber er bildet. Au! Ja, voll ein Schaden, ey. Ich mein diese Samenspender. Schlimm. Oh ja. Ich setze den goldenen Schuss. Tu es. Komm, jetzt geh doch nicht auf mich, jetzt geh doch endlich mal auf Marvin. Meiner ist doch eh so gut wie down, wenn Marvin das beste Mal dran ist. Kevin, ohne Spaß, als nächstes bist du dran von Marvin. Aber mach ruhig. Doch weißt du, Kevin ist mir gleich der Nächste, der rumheult. Na ja, ruf holen muss ich nicht. Es macht doch Spaß. Ey, warum denn der? Der ist doch kacke. Und auch das dem Marmalade ist auch noch da. Ja, bei den ganzen roten von Marvin. Super. Geile Hure. Du hast ja, wie heißt der eigentlich, wie heißt der ja, wo du grad spielst? Boah, alter. Da. Wie verstehst du jetzt, was ich meine? Wir haben beide noch einen ungefähr. Und er hat noch vier. Du hast zwei? Was? Hm. Mal weg, was du drehen bist. Lol, nein. Das machst du nicht wirklich. Kommst du gar da durch. Hm. Lol. Ist das da durchgebrochen? Aua. Na ja, längst geht er mit drauf. Na, Alex, wie fühlt sich das an? Auf die Augen gut. Ahaha, du. Ein Olli. Ready. So, ich zele finde. Da hatte ich Spur. Na, der ist doch mal auch immer schön. Zwei Kisten über einer Nolli. Was mache ich denn jetzt hier oben? Der Schwanz hat eins! Oh, nein! Bin ich tot! Der arme Sack! Boah, ich will unbedingt mal was ausprobieren, ey! Ähm, los, tu es! Wooow! Ich bin auf! Ja, geh auf Penispumpe, los, tu es! Lol! Was ist denn das jetzt? Also 10 Sekunden hast du noch! Und... Oh nein! Oh nein! Oh nein! Sehr gut, Kevin! Hast du super gemacht! What the fuck! Ganz klasse, ohne Spaß! Ich dachte, man kann es werfen! Lol! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Die vielen Kissen kommen nur bei ihm raus! Ey, er kämmt ja auch da wie sonst wär! Oh, Alex kann das eigentlich gar nicht mehr gesehen! Das würde ich so nicht sagen! Das würde ich so nicht sagen! Opsala! So, was habe ich dir gesagt? Das war alles geplant! Das war geplant! Ey, Alex, bist du deprimiert! Ach, krass! Hehehe! Nein, ich springe auch nicht! Booty! Yeah! Alter! Wie geil ist das denn? Hast du nen Esel bekommen? Nimm den Esel! Hehehe! Nein, hab ich nicht! Hehehe! Ey, was ist das? Der Esel, der kommt von oben runter und macht alles platt, was da kommt! Genau, der stammt sich von oben nach unten heils! Na, du kleiner Esel! Ich hab was ganz lustiges gezogen! Und damit wir es hundertprozentig draufgehen! Ich hab immer so gefragt! Ist Cammy wieder da? Ja! Wuhu! Sieben AP! Wuhu! Dann kann er ja eigentlich jetzt auch noch ne Runde kommen! Ja, Marvin und Rossi geht schnell weg, weil dann kann er mit spielen! Ja, okay! Ja, alles zu dir da oben! Ja, sicher! Ey, ich bin mit dem Fass schon unten dran! Kann ich nicht! Ja, pass doch da! Wo der Grabstein ist! Da kannst du doch den weg machen! Ready! Und dann ist der Weinwechsel! 3, 4 oder 5 drücken! Wie, wie! Hallo? Naja, und die sind ja das nicht! Ne! Mach doch links beim Grabstein einen Weg durch! Scurry, scurry! Ne, falsche Sache! Ähm... Läufen! Wieso hast du nicht dieser komische Hammer da genommen? Ja! Genau! Genau! Ich will mit dem 118er dran sein, dann kann ich auch was ausrichten! Ja! 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 Ja, ich kann es nicht bringen! Ja! Ich bin sicher! Ich kanns nicht bringen! Du weißt, dass du halt das Nächste ist der da unten dran ist, ne? Meinst du das stört mich? Hmhm! So, jetzt zeige ich dir nämlich, was ich gezogen habe. Den Esel? Mach den Esel! Nein! So, wie machen wir das Ding jetzt? Stellen wir uns wieder hin? Das müsste ja eigentlich funktionieren. Bananana! Ach, Bananenbombe? Last Chance für Pillage! Fuck! Naja, hat gereist. Ah, gerade so! Vor allem Einzelstück 61 Schaden, what the fuck! Dann? Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss! Tschüss!